William Willi Cullum ist ein schottischer Fußballschiedsrichter. Er pfeift seit 2006 international für die FIFA und ist in die höchste UEFA-Kategorie Elite Group eingeteilt. Leben und Karriere William Cullum begann mit seiner Schiedsrichtertätigkeit im Dezember 1993 seit Juni 2000 Städte in Diensten der Scottish Football Association. Sein Erstliga-Debüt gab er am 15. April 2006 bei einem 0 zu 0 zwischen dem FC Falkirk und Dunfernlein Athletic. Im selben Jahr stieg er zum FIFA-Referee auf und leitete bereits im August in der UEFA-Cap-Qualifikation sein erstes internationales Spiel in K. Domzahle gegen Hapol Telefon Aviv. Cullum wurde im Juniorenbereich bei mehreren Turnieren an und im Zuge dessen bei der U19-Fußball-Europameisterschaft 2008 im Finale eingesetzt. Außerdem leitete er bei der U20-Fußball-Weltmeisterschaft 2011 zwei Spiele. Am 18. März 2012 war er unparteiischer im Finale Celtic-Glesgo gegen FC Kilmarnock des schottischen Liga-Pokals 2011-12, welches 0 zu 1 endete. Kurz vor Schluss verweigerte er Glesgo ein Elfmeter, woraufhin er Morddrohungen über das Internet und Drohanrufe bekam. Dies stelle für Cullum jedoch keinen Grund da, seine Karriere zu beenden. Cullum war als Torrichter Teil des schottischen Schiedsrichtergespannes bei der Fußball-Europameisterschaft 2012, welches unter Craig Thompson für zwei Vorrundenspiele eingesetzt wurde. Im zivilen Leben ist Cullum Lehrer für Religionskunde in North Lanarkshire. Er unterrichtet an der St. Taitan High School in Wischow und der katholischen Kardinal Newman High School in Bels Hill. An letzterer war bis 2011 auch Leiter des Fachbereichs Religion, gab diese Arbeit jedoch zugunsten seiner Tätigkeit als Schiedsrichter auf. Statistik Anmerkungen Stunt der Liste 30. April 2013 Die Einteilung XY beschreibt links des Schrägstriches die Anzahl der Einsätze im Wettbewerb und rechts die Spiele in der jeweilig dazu gehörenden Qualifikation. Die Spalte Länderspiele zählt sämtliche dieser im A-Bereich auf, sowohl Freundschaftsspiele als auch zum WM-EM-Spiele. Länderspiele 2. Länderspiele Länderspiele